Der wird gleich den zwei da vorne ein bisschen Feuer unterm Arsch. Das ist ein Zap Zap. Oh, ich danke dir, Zap Zap. Das ist das schönste auf der Twitch-Welt. Ja, so ein Zap. Und dafür danke ich dir ganz toll Antithesis für drei Jahre Zapfein in diesem wundervollen Kanal. Und hoffentlich noch wenigstens 30 weitere. Da muss ich ihn immer zwingen. Aber da kommt die Dackel-MeToo-Affäre wieder raus. Da kommt irgendjemand und sagt, tschau, wie er sein Dackel vergewaltigt hat. Und da kommt die Dackel-Gemeinschaft. Das geht alles nicht. Das war doch nochmal ein schöner Snack. Aber es freut mich, wenn es euch gefallen hat. Ihr wart gut drauf und ich kann mich nur bedanken. Einen... Was sehe ich denn? Was sehen denn meine vertrockneten Augen da? Das war ja... Ja, wir lassen mich nicht mehr. Ich bin ein Spitz. Hi Twitch. wenn er mal den kanal abonnieren sollte dann mach mal special preis 499 oder ein weiter nein 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 du wie ist dein name machen ja können sie das mal buchstabiert natürlich m a k mache ich schon mache ich schon bleibt auch ruhig weiter geht das war ja geil wir waren jedoch nicht wir waren jedoch nicht mehr wann ihnen doch nicht was das für ein spiel ist fort mit der ohne baumord ich will euch jetzt nicht beten aber das sind noch 180 subs wenn du jemand hast der in der schweiz wohnt oder seine adresse kannst du das eingeben hast du nicht von mir oder war was ein micro was hast du gesagt ich habe nur ins micro gehustet praktisch die werden auf jeden fall reportet es muss dann alles passen und wie gesagt damit meine ich eben es muss optisch einen ansprechen den traum die traumperson wird man wohl eben die bekommen aber es muss einen ansprechen und der charakter ist natürlich saubichtig weil was will ich mit der geilsten frau die dann aber jeden abend wie ein besen ist genau ein blick inzwischen glaube ich dass der das stimmt um jedes kennenzulernen wer hat jemand eine ganz schön schlechte ausbeute muss ich sagen wenn man weibliche soll sollte man möglichst weit weg von mir angeht vor zu aggraben hamburg ist schon sehr gut so dass man nicht genervt werden kann war z haben wir sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020